Herzlich Willkommen zu einer weiteren Live-Behandlung hier bei Make Aesthetics. Der Bereich Stirn wird gerade desinfiziert für das exklusive Stirn-Design, nur von Fachärzten für plastisch-ästhetische Chirurgie. Das Besondere bei dieser Behandlung ist, dass wir eine Kombination aus Botox und Hyaluron gewählt haben, da der Wunsch und auch die Erwartung unserer Patientin so war, dass sie die Mimik auf keinen Fall verlieren möchte. Und ja, die Behandlung ist schon mitten im Gange und nach 10 Tagen sehen wir diese Patientin zur Nachuntersuchung wieder und damit können wir uns auch zufrieden und feitenfrei verabschieden. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!